Diesmal ein komplett anderes Video und zwar geht es heute mal darum, wie ihr im Internet etwas sicherer surfen könnt und wie ihr auch weniger Werbung bei YouTube bekommt. Und ich zeige euch das heute für den Firefox. Deswegen starte ich den auch direkt mal. Und eine Sache, die ihr auf jeden Fall braucht, das wäre adblog plus. Und da scrollt ihr in den Suchergebnissen von Google runter bis ihr eine Webseite findet, die von addons.mozilla.org kommt. Da können wir dann draufklicken. Dann kommt hier ein Button zu Firefox hinzufügen. Das möchten wir machen. Einmal hinzufügen. Adblock plus. Kostenloser Adblocker wurde hinzugefügt. Okay, alles klar. Und ab sofort ist er hier aktiv. Und nehmen wir mal eine andere Seite. Sagen wir mal heise.de. So eine Computerwebseite. Und da werdet ihr schon feststellen. Da sind schon, ist schon zweimal jetzt Werbung blockiert worden. Mit den Cookies verbessert sich leider nichts. Aber ihr kriegt auf jeden Fall weniger Werbung. Und das macht deutlich was aus. Ja. Manchmal kenne ich Webseiten gar nicht wieder, wenn ich bei jemandem bin, der mit Werbung surft. Und das ist einfach so viel angenehmer, wenn ihr weniger Werbung habt. Ja. Also wenn irgendwie was nicht funktioniert mit Adblock plus und ihr den Eindruck habt, dass die Webseite kaputt gemacht wurde von Adblock plus, dann könnt ihr hier diesen Schieber umstellen, die Seite aktualisieren und dann habt ihr die Seite wieder so wie sie vorher war. Also mit Werbung und vielleicht oder hoffentlich tut sie dann wieder, falls sie wirklich kaputt war. Und ansonsten könnt ihr die Werbung wieder abschalten. Das wäre so die Standardeinstellung, dass die Werbung abgeschaltet ist. Adblock plus hat eine Kleinigkeit, die ich auch gerne noch abschalte. Das kann man hier im Adblock plus Menü und dann hier auf dem Zahnrad bei den Einstellungen ändern. Und da können wir hier runterscrollen und da gibt es hier einmal den Eintrag Acceptable Ads. Akzeptable Werbeanzeigen sind Werbeanzeigen, die nicht nerven. Und naja, Werbung, die nicht nervt. Für mich widerspricht sich das. Für mich gibt es keine Werbung, die nicht nervt. Ich möchte überhaupt keine Werbung haben und deswegen auch keine akzeptable Werbung. Und daher mache ich diesen Haken hier auch noch raus und verrate uns, warum du das deaktiviert hast. Na ja, ich glaube nicht, dass das was bringt. Also nein danke und jetzt habe ich sogar noch weniger Werbung. Dann gibt es noch eine zweite Erweiterung, die ist für YouTube, dass es bei YouTube weniger Werbung gibt. Dort haben wir nicht das gleiche wie bei Adblock plus. Bei YouTube ist die Werbung ja nicht separat irgendwie, wo man sie einfach weglassen könnte, sondern die ist ja Teil vom Video. Und da ist es für Adblock plus nicht möglich zu unterscheiden, was von dem Video ist jetzt Video und was ist jetzt Werbung. Und da gibt es dann eine andere Erweiterung für den Firefox und die heißt Sponsor Blog. Und da nehmen wir am besten Firefox mit dazu noch als Suchbegriff. Dann haben wir es hoffentlich auf einer höheren Ergebnisliste, so wie hier jetzt. Da sind wir direkt auf Platz Nummer 1. Addons.mozilla.org, da wo wir vorher auch waren. Sponsor Blog für YouTube. Hier der blaue Button zu Firefox hinzufügen. Überspringt gesponserte Video-Segmente. Ja, genau das möchte ich haben. Also hinzufügen. Jetzt ist es aktiv. Hier haben wir die Erweiterung. Sponsor Blog direkt neben Adblock plus. Ok, gucken wir mal, ob wir ein YouTube Video mit Werbung finden. Was könnte ich dann nehmen? Vielleicht von Two Minute Papers. Der müsste Werbung haben normalerweise. Da nehmen wir gerade mal das neueste Video. Vielleicht ist da schon was dabei. Also wir haben hier bei Sponsor Blog seht ihr jetzt, die Datenbank enthält überspringbare Segmente für dieses Video. Gesponserte Video-Segmente von 13 Minuten bis 14.01 und dieses Video-Segment ist dann auch grün markiert. Hier unten seht ihr es da hinten, wo in diesem Fortschrittsbalken von YouTube jetzt der grüne Teil markiert ist. Da befindet sich Werbung und diese Werbung wird dann übersprungen. Wie funktioniert das Ganze? Da gibt es freiwillige Leute, die hier auf diesen Button drücken. Ja, Segment startet jetzt und Segment stoppt jetzt und so weiter. Und die können dann sagen, an welcher Stelle Werbung war. Und du hast dann den Vorteil, dass du diese Werbung überspringen kannst. Und dieses Sponsor Blog spult quasi das Video direkt dann auf das Ende von der Werbung vor. So das, du musst ja gar nichts machen. Dann wird die Werbung im Video einfach übersprungen. Also Adblock Plus für normale Webseiten, Sponsor Blog für YouTube und so kriegst du die Werbung los. Und so hoffe ich, dass dir das Internet wieder etwas mehr Spaß macht und dass du etwas sicherer im Internet unterwegs bist. Ja, ich hoffe, das Video hat dir was gebracht. Ich hoffe, dass du die beiden Erweiterungen für Firefox bei dir installieren kannst und davon profitierst, dass du in Zukunft weniger Werbung im Internet bekommst. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao.